Willkommen zurück Leute zweiter Park angebrochen und ich hab genau bei neun Minuten ich hab echt gut Zeitgefühl ne ich hab grad noch mal gefuckt und wir hatten die ganze Zeit den Osmanischen Aufnahmen stoppt aber ich krieg heute bestimmt nicht alle letzte Fläche rausgehauen weil ich denke mal die erste Freude in Minecraft hab ich auf jeden Fall heute rufen und mit dem 2 also ihr werdet folgt heute auf keinen Fall die Mädchen zwei Folgen sehen die erste und die zweite natürlich ähm ich hab's immer so nach und nach und weil das dauert echt lange und vor allem das Lender geht schnell aber nur das Hochladen auf YouTube halt dauert dann PC-Gamer hat uns gerade eingeladen da wollen wir doch mal annehmen oder nicht ich hab's jetzt für Aufnahme werden ja es war heißt jetzt gleich mal die Wüste an die PC-Gamer Ah, hier ist er. Ich sag dir kurz, dass es egal ist. So, folgen wir doch mal den PC-Gamer. Äh, nicht PC, PG-Gamer. Ne, P-Gamer, sorry, tut mir leid. Ne, P-Gamer. Spätowstyn. Bezeitgutzen im Kanal. So, ja, klar, so gerne. mit im Sekt man durchs Portal damit wird was von dem zu der Freundesflusskartier ich glaube mit zwei ist aufgabe ich weiß es nicht genau alle zu stehen wir sind eine leute er hat er hatte wir konnten schon selber die ganze Zeit nicht deshalb ich schneide das ist alles zusammen also ab jetzt geht es ganz normal weiter so 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 und gehen so ist das Prozent wichtig wie man ja wir hatten ja hier Kollegen P.G. P.G. immer dieser wird auch gleich mal ist jetzt schon eine Stunde vergangen ist Prozent ich kann die ganze Zeit da ist keine Ahnung dann wieder ging es aber nicht kann ich hatte die Schöne waren auf auf jeden Fall jetzt ist auch mal ein was unser erstes Set ein Let's Play Together von Minecraft Prozent auf jeden Fall Prozent jetzt vor circa Minuten ich ziemlich gefolgt ja auf jeden Fall ich habe das auch dann wird das auch wählen so 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 ja ich habe heute wir haben heute bis zum neunten Part mein Gott aufgenommen bei einem Part hat mein Volkbruder erkannt ja wir haben ja ich kam meine Schwestern und da kam meine Schwestern ja und hab das erstmal ganz laut gegrüßt und ja hört man nur ganz kurz ich versuche es wegzuschneiden aber ich weiß nicht ob es geht aber nur so eine Millisekunde oder eine Sekunde also es ist nicht die Rede wert ich hätte hier das Let's Play nochmal machen so wie gesagt es ist ja Mondlicht also ich habe eine Mondlicht dazu gedacht ich weiß nicht ob ich das eventuell ich denke mal schon nur wundert mich dass das nicht so viel ist auch hier muss ja nicht aber wäre schon ein bisschen cooler beim Event warte mal kurz jetzt muss ich aber echt ein bisschen aufpassen wie lange ich jetzt hier noch aufnehmen weil es soll ja jeder Part und zehn Minuten sein also muss ich sieben Minuten aufnehmen das erste sind drei Minuten kommen dann schreit ich schätze zusammen nach YouTube so 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 ich glaube ich habe mir den Chat umdurchschen so da ist auch schon gut dass du da bist ich studiere erdenksche Pflanzen in diesem Reich es gibt daher tonnenweise Arbeit die erledigt werden muss und ich habe nicht die nötige Zeit um auf Exkursionen zu gehen würdest du mir bitte behilfig sein ne mach dein Kack selber ich studiere gerade die Pfirsichblüte ich muss einige Experimente durchführen und benötige deshalb mehrere Exemplare könntest du mir diese besorgen fünf Pfirsichblüten sollten reichen über deine Hilfe wäre ich sehr dankbar bringe mir immer nur eine Blüte da ich sie einzeln versuchen werde wieso einzeln? soll ich gleich alle? ok Spaß beiseite, dann wollen wir zum Arten gehen bei hungrigen Eisenwürfen ich glaube das ist auch unser Auftrag bei den hungrigen Eisenwürfen wer direkt optimal Eiferwürf 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 ja ja, ist so, glaub ich schon so ja, haben wir Glück haben wir echt Glut Glück, okay, ähm da da ist so einer da ist doch keine Kugel ähm aber ich muss echt aufpassen, sie Minuten, ne naja, genau, da muss ich mich echt mal erkunden erkunden über den Status füllen ich bin nämlich echt hier mit Status füllen mit euch ja, jetzt haben wir schon mal die Zeit auf das geht doch ganz schnell ja, ich hab's mir so gedacht, da ich echt jetzt hier jeden Quest auch mache, aber jedes Quest auch mache, weil wir stehen wirklich am Ende da und haben so eine Handvoller Quest, die dann dann ganz schön hinterher kommen und äh, ich mein, wir bekommen ja auch Erfahrung von, ne also auch Geld und Erfahrung und das brauchen wir hier auch ich hab mal schon öfters den Fehler gemacht, ich hab keine Quest gemacht, voll ignoriert ich bin dann schon, ja, Level 50 gekommen ja, über Level 50 und dann auf einmal stand ich da, ja ich hatte noch weniger Erfahrung und ich denk auch mal, ich vermute mal dass durch die Quest, ähm halt schon die Hälfte dabei tragen, also die Hälfte von dem Level denke ich schon mal, dass es echt nötig ist, dass wir die machen hey ah ja, wir haben keinen Bock ähm, ja, dann wollen wir noch weitergehen immer weiter dieser einsamen, doch vollen Welt ne, ich will nicht, ich will nicht ok, nach diesen Dingern, also nach den, äh, nach diesen Dingern, also nach den, äh, nach diesen Dingern, nach den, äh, nach diesen Dingern werde ich auch die Aufnahme stoppen ich will echt sicher gehen, ich will keine Minute höher sein ich will auch nicht so sicher, ob mein YouTube-Partner sein muss für über 10 Minuten Länge deshalb werde ich die jetzt einfach mal stoppen so, ich werde jetzt einfach stoppen und dann bis im nächsten Tag, tschüss im nächsten Tag, tschüss